Weil ich gerade da Aserbaidschan gehört habe von Fritz Keller. Ansgar, du hast ja auch mal gewisse Tendenzen angesprochen, Überlegungen, solche Spiele vielleicht mal irgendwann aus Vermarktungsgründen im Ausland stattfinden zu lassen. Fandst du nicht so gut die Idee? Nein, also so weit darf es nicht kommen, dass der DFB dann irgendwann mal ein Pokalfinale in Tokio austrägt oder sonst wo. Ich glaube, das war eine Idee von Adidas, habe ich noch so im Hinterkopf. Oder dass wir bald mal ein Derby haben, Dortmund gegen Schalke, dass irgendein Scheich bei Ebay dann steigert und das findet dann sonst wo statt. Das brauchen wir alle nicht oder Spiele, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also da muss der DFB ein bisschen aufpassen, da überfahren sie alle Stoppschilder in letzter Zeit. Und wie man auch an vielen Reaktionen hört. Und ja, da ist der DFB gut beraten. Wenn auch mal auf die Leute zuhören.